Wey! Wunderschönen guten Tag! Ich bin Salata Mister und willkommen zu Salata Misters Unnützem Wissen. Heute auch wieder dreimal Unnützem Wissen, gratis für euch. Unnützes Wissen Nummer 1. Mehr als die Hälfte aller Frauen packt für einen zweigöchigen Urlaub mehr als 50 Teile ein. Also Kleidungsstücke. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viel ich einpacke. Aber, gut. Nur mal so dahingesagt, ne? Unnützes Wissen Nummer 2. Der Amerikaner Dennis Hope lässt sich beim Grundbuchamt in San Francisco als den Besitzer des Sonnensystems eintragen. Mit Ausnahme der Erde natürlich. Aber an sich ist er der Besitzer des Sonnensystems. Unnützes Wissen Nummer 3. Greifvögel können ultraviolettes Licht sehen. Mäuseurin reflektiert dieses Licht. Darum können Greifvögel den Urin sehen und wissen damit aus größer Höhe oder weiß ich nicht, ne? Oder auch ne, ne? Sehen dann schon sehr genau, wo denn eine Maus zu finden ist oder nicht. Also Greifvögel können ultraviolettes Licht sehen. Das war es wieder von Daratamistas Unnützes Wissen für heute. Vielen Dank für Zuschauen. Schossen!